Bismillahirrahmanirrahim Sollen wir da die Ermahnung von euch abwenden, weil ihr ein zügelloses Volk seid? Wie viele Propheten entsandten wir schon zu den früheren Völkern? Und nie kam ein Prophet zu ihnen, den sie nicht verspottet hätten. Darum vertilgten wir die, die mächtiger als diese waren, und das abschreckende Beispiel der früheren ist zuvor ergangen. Und wenn du sie fragst, wer erschuf die Himmel und die Erde, werden sie sicher sagen, der Erhabene, der Allwissende hat sie erschaffen. Der, der die Erde für euch zu einem Lager gemacht hat, und gemacht hat er für euch Wege auf ihr, auf das ihr dem rechten Wege folgen möget. Und er ist es, der Wasser vom Himmel nach Mars herniedersendet, durch das wir ein totes Land zum Leben erwecken. Ebenso sollt auch ihr auferweckt werden. Und er ist es, der alle Arten paarweise erschaffen hat, und für euch Schiffe gemacht hat, und Tiere, auf denen ihr reitet, sodass ihr fest auf ihrem Rücken sitzt, und dann, wenn ihr euch fest auf sie gesetzt habt, der Gnade eures Herrn ein Gedenk sein möget, und sprecht, preis sei ihm, der uns dies dienstbar gemacht hat, und wir wären hierzu nicht imstande gewesen. Und zu unserem Herrn werden wir sicher zurückkehren. Und aus seinen Dienern machen sie einen Teil seiner selbst. Wahrlich, der Mensch ist offenkundig und dankbar. Und sie machen die Engel, die Diener des Alabamas sind, zu weiblichen Wesen. Waren sie etwa Zeugen ihrer Erschaffung? Ihr Zeugnis wird niedergeschrieben, und sie werden befragt werden. Und sie sagen, hätte der Alabama es gewollt, hätten wir sie nicht verehrt. Sie haben keinerlei Kenntnis hiervon, sie mutmaßen nur. Oder haben wir ihnen etwa ein Buch vor diesem Koran gegeben, an dem sie festhalten? Nein, sie sagen, wir fanden unsere Väter auf einem Weg, und wir lassen uns von ihren Fußstapfen leiten. Und ebenso sandten wir keinen Warner vor dir in irgendeine Stadt, ohne dass die Reichenlerin gesagt hätten, wir fanden unsere Väter auf einem Weg, und wir treten in ihre Fußstapfen. Irvana sagte, wie, auch wenn ich euch eine bessere Führung bringe als die, welche ihr eure Väter befolgen saht? Sie sagten, wir leugnen das, womit ihr gesandt worden seid. Also vergalten wir es ihnen, siehe nun, wie das Ende der Leugner war. Und er sagte Abraham zu seinem Vater und seinem Volk, ich sage mich von dem los, was ihr anbetet, statt dem, der mich erschuf, denn er wird mich recht leiten. Und er machte es zu einem bleibenden Wort unter seiner Nachkommenschaft, auf das sie darauf zum Glauben zurückfinden mögen. Nein, aber ich ließ sie und ihre Väter in Fülle leben, bis die Wahrheit und ein deutlicher Gesandter zu ihnen kamen. Doch als die Wahrheit zu ihnen kam, da sagten sie, das ist Zauberei und wir glauben nicht daran. Und sie sagten, warum ist dieser Koran nicht zu einem angesehenen Mann aus den beiden Städten herabgesandt worden? Sind sie es, die die Barmherzigkeit deines Herrn zu verteilen haben? Wir selbst verteilen unter ihnen ihren Lebensunterhalt im irdischen Leben und wir erhöhen einige von ihnen über die anderen im Rang, auf das die einen die anderen in den Dienst nehmen mögen. Und die Barmherzigkeit deines Herrn ist besser als das, was sie anhäufen. Und wenn nicht die Menschen zu einer einzigen Gemeinde von Ungläubigen würden, würden wir denen, die an den Alabamer nicht glauben, Dächer aus Silber für ihre Häuser geben und ebenso Treppen, auf denen sie hinaufsteigen können und Türen für ihre Häuser und Ruhebetten, um darauf zu liegen. Und Prunk, doch all das ist nichts anderes als eine Versorgung für dieses irdische Leben und das Jenseits bei deinem Herrn ist den Rechtschaffenen vorbehalten. Und für den, der sich vom Gedenken an den Alabamer abwendet, bestimmten wir einen Satan, der sein Begleiter sein wird. Und wahrlich, sie, die Satane, wenden sie die Ungläubigen vom Weg ab, jedoch meinen sie, sie seien rechtgeleitet. Bis zuletzt, wenn ein solcher zu uns kommt, er zu seinem Begleiter sagt, O läge doch zwischen mir und dir die Entfernung zwischen dem Osten und dem Westen, was für ein schlimmer Begleiter ist er doch. Und euch soll an diesem Tage nichts nützen, denn ihr habt gefrevelt, sodass ihr die Strafe gemeinsam erleidet. Kannst du etwa die Tauben hörend machen oder die Blinden recht leiten oder den, der sich in einem offenkundigen Irrtum befindet? Und sollten wir dich fortnehmen, werden wir uns sicher an ihnen rächen. Oder wir werden dir zeigen, was wir ihnen angedroht haben, denn wir haben völlige Macht über sie. Also halte denn an dem fest, was dir offenbart worden ist, denn du bist auf dem geraden Weg. Und es ist wahrlich eine Ermahnung für dich und für dein Volk, und ihr werdet zur Rechenschaft gezogen werden. Und frage jene unserer Gesandten, die wir vor dir entsandt haben. Machten wir etwa außerdem alle erbarmer Götter, denen man dienen soll? Und wahrlich, wir sandten Moses mit unseren Zeichen zu Pharao und seinen Vornehmen. Da sagte er, ich bin ein Gesandter vom Herrn der Welten. Doch als er mit unseren Zeichen zu ihnen kam, siehe, da lachten sie über sie. Und wir zeigten ihnen keine Zeichen, das nicht größer als das vorherige gewesen wäre. Und wir erfassten sie mit der Strafe, auf das sie sich bekehren mögen. Und sie sagten, o du Zauberer, bete für uns zu deinem Herrn, gemäß dem, was er dir verheißen hat, denn wir werden uns dann recht leiten lassen. Doch als wir die Strafe von ihnen nahmen, siehe, da bebrachen sie ihr Wort. Und Pharao ließ unter seinem Volk ausrufen, o mein Volk, gehören mir nicht das Königreich von Ägypten und diese Ströme, die mir zu Füßen fließen? Könnt ihr da nicht sehen? Oder bin ich nicht besser als dieser da, der verächtlich ist und sich kaum verständlich ausdrücken kann? Warum sind ihm dann nicht Armbänder aus Gold angelegt worden? Oder warum sind dann nicht Engel mit ihm im Geleit gekommen? So verleitete er sein Volk zur Nahheit und sie gehorchten ihm. Sie waren wahrlich ein frevelhaftes Volk. Nachdem sie uns erzürnt hatten, nahmen wir Vergeltung an ihnen und erdrängten sie allesamt. Als dann machten wir sie zum Vergangenen und zu einem Beispiel für die Späteren. Und wann immer die Rede von dem Sohn der Maria ist, siehe, dann bricht ein Volk darüber in Geschrei aus und sie sagen, sind unsere Götter besser oder er? Sie erwähnen das vor dir nur aus Widerspruchsgeist. Nein, sie sind wahrlich ein streitsüchtiges Volk. Er war nur ein Diener, dem wir Gnade erwiesen hatten und wir machten ihn zu einem Beispiel für die Kinder Israels. Und wenn wir es wollten, könnten wir aus euren Reihen Engel hervorgehen lassen, um euch auf Erden zu ersetzen. Doch wahrlich, er, Jesus, ist ein Vorzeichen der Stunde. So bezweifelt sie nicht, sondern folgt mir. Das ist ein gerader Weg. Und lasst euch nicht von Satan abwenden. Gewiss, er ist euer offenkundiger Feind. Und als Jesus mit klaren Beweisen kam, sagte er, Wahrlich, ich bin mit der Weisheit zu euch gekommen und um euch etwas von dem zu verdeutlichen, worüber ihr uneinig seid, so fürchtet Allah und gehorcht mir. Wahrlich, Allah allein ist mein Herr und euer Herr. Darum dient ihm, das ist ein gerader Weg. Doch die Parteien wurden dann untereinander uneinig. Wehe dann denen, die frefüllen, vor der Strafe eines schmerzlichen Tages. Sie warten nur darauf, dass die Stunde plötzlich in sie kommt, ohne dass sie es merken. Die Freunde werden an jenem Tage einer des anderen Feinds sein, außer den Gottesfürchtigen. O meine Diener, keine Furcht soll euch an diesem Tage bedrücken, noch sollt ihr traurig sein. Ihr, die ihr an unsere Zeichen glaubtet und uns ergeben waret, tretet in das Paradies ein, ihr und eure Gattinnen, und seid glückselig. Schüsseln aus Gold und Becher werden unter ihnen kreisen, und darin wird alles sein, was die Herzen begehren und woran die Augen sich ergötzen. Und ewig werdet ihr darin verweilen. Und dies ist das Paradies, zu dessen Erben ihr berufen wurdet, um dessen Willen, was ihr zu tun pflegtet. Darum gibt es für euch Früchte in Mengen, von denen ihr essen könnt. Wahrlich, die Sünder werden ewig in der Strafe der Tscharnam fahren. Sie wird für sie nicht gemildert werden, und sie werden in ihr von Verzweiflung erfasst werden. Nicht wir taten ihnen Unrecht, sondern sie selbst taten sich Unrecht. Und sie werden rufen, O Malik, lass deinen Herrn ein Ende mit uns machen. Er wird sprechen, ihr müsst bleiben. Wir brachten euch gewiss die Wahrheit, jedoch die meisten von euch verabscheuten die Wahrheit. Oder haben sie sich für einen Plan entschlossen? Nun, auch wir haben uns entschlossen. Oder meinen sie etwa, dass wir nicht hören, was sie geheim halten und was sie besprechen? Doch, und unsere Boten bei ihnen schreiben es auf. Sprich, hätte der Alabama einen Sohn, so wäre ich der Erste, der ihn angebetet hätte. Gepriesen sei der Herr der Himmel und der Erde, der Herr des Thrones, der frei ist von all dem, was sie behaupten. So lass sie sich in eitler Rede ergehen und sich vergnügen, bis sie ihrem Tag begegnen, der ihnen angedroht wird. Und er ist der Gott im Himmel und der Gott auf Erden und er ist der Allweise, der Allwissende. Segensreich ist er, dessen das Königreich der Himmel und der Erde ist und all das, was zwischen beiden ist. Und bei ihm ruht die Kenntnis der Stunde und zu ihm sollt ihr zurückgebracht werden. Und diejenigen, die sich statt seiner anbeten, haben kein Fürspracherecht, mit Ausnahme dessen, der die Wahrheit bezeugt, und sie wissen Bescheid. Und wenn du sie fragst, wer schuf sie, werden sie sicher sagen, Allah. Wie lassen sie sich da von ihm abwenden? Und seine Aussage lautet, O mein Herr, dies ist ein Volk, das nicht glauben will. Darum wende dich von ihnen ab und sprich Frieden und bald werden sie es wissen. Und bald werden sie es wissen.